Lesen Sie die gesamte Gebrausinformationen, sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen, wenn Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Gebrausinformation beschrieben beziehungsweise genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Heben Sie die Gebrausinformationen auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen, fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen und einen Rat benötigen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrausinformation angegeben sind. Wenn Sie sich nach zwei Tagen nicht bessern oder so, dann wenden Sie sich an Ihren Arzt! Oh Gott, es geht noch weiter! Die empfohlene Dosis beträgt alle ein bis drei Stunden eine Lutschtablette Eine Gesamtdosis von acht Lutschtabletten pro Tag sollte nicht überschritten werden zur Anwendung in der Mundhöhle Entschuldigung. Nicht in den Backentaschen zergehen lassen. Das klingt so eklig! Da, was war's? Herz für Tabletten! Haha! Detroit